Hallo, servus und grüß euch, der Müller von der Dezentrale.at Im heutigen Video möchte ich euch ein Buch vom Herrn Rainer Zittelmann vorstellen Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten Doch dazu gleich mehr So, da ist er wieder und lasst uns gleich einsteigen Es geht um dieses Buch Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten Ihr alle mögt eventuell ein bisschen das Gefühl haben Das verstärkt in den letzten Jahren, also seit 2020 Wie soll ich sagen, die Regierungen immer mehr in die Wirtschaft eingreifen Zum einen, also jetzt neuestes Beispiel Uniper, der Energieversorger, der mit so und so vielen Milliarden unterstützt wird Dann mit irgendwelchen Hilfszahlungen für die Betroffenen der Energiepreise, die ansteigen Das 9 Euro Bahnbilett oder die 9 Euro Bahnkarte für Nichtschweizer in Deutschland Und so weiter und so fort Also das heisst, dass von Seiten der Regierung immer mehr in die Wirtschaft zum einen Und auch immer mehr ins Privatleben eingegriffen wird Also irgendwie Stichwort Lockdown, Masken tragen und weiss ich nie was alles Also dass da immer mehr Eingriffe seitens der Politik passiert sind und passieren Und Herr Zittelmann hat in seinem Buch im Prinzip aufgezeigt Und zwar nicht anhand von ideologiegetriebenen Meinungen, sondern anhand von Fakten Also absoluten Fakten, die jederzeit nachvollziehbar sind, die man auch jederzeit kontrollieren kann Dass diese Form von Sozialismus, nennen wir es mal so, bis dann zum Kommunismus Grundsätzlich zum Scheitern verurteilt ist Also diese Tendenzen, die wir in den letzten Jahren jetzt so mehr oder weniger in der westlichen Welt In den Regierungen verfolgen konnten Also eben, dass da immer mehr staatliche Eingriffe stattgefunden haben Hat er, der Herr Zittelmann, an mehreren Beispielen aufgezeigt Was passiert ist, wenn eben so quasi eine zentralisierte Struktur aufgebaut wurde Also das heisst, wenn die Regierungen in immer mehr Felder Sei das Privatleben, Wirtschaft und 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 eingegriffen haben Was daraufhin passiert ist Und im Gegenzug natürlich, was passiert, wenn sich die Regierungen zurücknehmen Und nicht versuchen, in der Wirtschaft und im Privatleben alles Mögliche zu kontrollieren Und was eben ganz toll an der ganzen Sache ist Dass das völlig ideologiefrei ist Sondern es wird wirklich mit Daten und Fakten gezeigt Wo eben die Irrtümer der Antikapitalisten liegen Also das heisst, alle diese Menschen, die halt das Gefühl haben Dass die Regierung alles und jeden kontrollieren muss Und dass das eben nicht funktioniert Das sind Beispiele drin In China Dann sind da die Roten Gmär mit Paul Pott, der das versucht hat Wobei spannend bei den Roten Gmär, also bei Paul Pott ist Was ich nicht gewusst habe Dass diese Aktion, also dieser Umsturz Der da einige Jahre versucht wurde Von Studenten einer französischen Universität ausging Also das heisst, die Redelsführer und mit ihnen Paul Pott Waren eigentlich studierte Menschen Also eigentlich relativ schlaue Menschen Die haben aber in Paris angefangen Dieses neue Wirtschafts- und Staatssystem zu planen Also das ging so weit Dass die Reisfelder Die Größe der einzelnen Reisfelder Die Berechnungen für die Bewässerung und so weiter Das war alles fix fertig geplant Und sollte dann eins zu eins übertragen werden Und wir wissen Manche haben es quasi in Anführungsstrichen selber miterlebt Die Jüngeren haben möglicherweise davon gehört Also das ist grandios gefloppt Und hat einen wahnsinnigen Schaden angerichtet Und wie gesagt, Herr Zittelmann Zeigt das auf an Daten und Fakten Wo die zehn wirklich absolut größten Irrtümer Der Verfechter liegen Die eben eine zentralisierte Planwirtschaft anstreben Und eben diese Tendenzen Wir jetzt in den letzten Jahren Immer mehr in der westlichen Welt Bei fast allen westlichen Regierungen Sehen und gesehen haben Daher ist das Buch natürlich ziemlich aktuell Weil es halt eben aufzeigt Was dabei alles in die Hose gehen kann Und dass es in die Hose gehen muss Also von dem her Wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch Link zum Buch findet ihr klarerweise Unten in der Beschreibung Das war es auch schon von meiner Seite Zum Buch Die zehn Irrtümer der Antikapitalisten Von Rainer Zittelmann Bis dann Bis zum nächsten Mal Wir sehen uns Und Tschüss euch Bis zum nächsten Mal Tschüss euch 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 Untertitelung des ZDF, 2020